na hallo alle miteinander mal wieder ein kurzer zwischenbericht wie schon gesagt die dachsparen sind ja alle dran hier jetzt die senkrechten da kommt noch eine in die mitte die kommen aber erst ganz am schluss durch die holzplatten noch rein machen kann das schnee ist echt noch mal winter geworden so hier kommt dann eine zwischenwand hin hier kommt das bett hin und jeder ein bisschen schrankkrams da die dartscheibe ganz wichtig so da das milch glas fenster hier in den ecken das habe ich noch mal rüber gesetzt vorher war die öffnung fürs ofenrohr hier ich habe es noch mal ein zweiter gemacht das wird dann der ecken für den ofen und da kann ich da links neben dran ein bisschen holz lagern und sohn krams ohne wäsche aufhängen zu trocknen so was da kommt hier ein bisschen couch hin guck mal ich weiß ja nicht ob es klappt ich will ja gern irgendwo das bleik glas fenster da verbauen das kommt vielleicht wenn es hinhaut hier dazwischen hin da kommt hier eine couch und kleiner tisch und hier ist dann die küche das fenster habe ich auch noch mal eins rüber versetzt hier kommt dann wassertank hin und spülbecken erd und wahrscheinlich dann in die ecken der kühlschrank jetzt bin ich überlegen wie ich das jetzt hier mit den eingangstüren macht das sind so die senkrechten die ich jetzt noch machen muss hier noch irgendwie die eingangstür hier kommt dann der schreibtisch und arbeitsplatz quasi hin und dieser vorher ist dann so ein vorraum bisschen terrasse da muss ich noch gucken wie ich das mit fenstern mache weiß ich nicht genau da müssen auch die senkrechten hin das ist jetzt der plan noch für heute und morgen dass man alle balken bis auf die quer die abstützungen quasi stehen und dann mal weiter alles liebe tschüss